Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum TV Westsachsen Adventskalender. Und wir wollen auch gleich zur Tat schreiten und das gestrige 14. Kalendertürchen auslosen. Denn da gab es wieder was Tolles zu gewinnen. Sie alle kennen ja sicher die Schaustellerfamilie, weil es präsent auf dem Frühlingsvolksfest, auf dem Herbstvolksfest und natürlich auch vertreten auf dem Weihnachtsmarkt mit vielen Ständen. Und da gibt es den Mandelpeter, der kann auch richtig Mandeln brennen. Und man hat uns zur Verfügung gestellt ein wunderschönes Herz aus Lebkuchen und dazu drei Scheine für die ganz leckeren Waffeln. Schreiten wir zur Tat? Genau. Gewonnen hat? Gewonnen hat Jessica Effenberger. Herzlichen Glückwunsch und wir öffnen nun gemeinsam Kalendertürchen Nummer 15. Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick, auch in schweren Zeiten. Hallo liebe Zuschauer, wir der FSV Zwickau beteiligen uns am Adventskalender. Zu verlosen gibt es ein Trikot aus der letzten Drittliga-Laison. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und frohe Weihnachten.